Bevor dieses Video anfängt, wollte ich euch sagen, es ist ganz wichtig, das Video bis zum Ende zu schauen. Und dann müsste dann noch so ein Abspann sein. Dann ist es erst zu Ende. Dann könnt ihr euch den Abspann durchlesen oder einfach abschalten. Aber es wäre sehr nett, wenn ihr den Abspann lesen würdet. Ciao! Oh mein Gott, ich sehe ihn! LOL! Einfach der echte MC-Expert in der Runde. Löff bei ihm. Check alle Lobbys durch. Ein Sixpert in der Lobby. Hab ich's da konstruiert. Äh, Marlon eskaliert komplett. Ich bin übers hier. Ich bin über dir. Ich hab's nicht vergessen, mein Mikrofon war ausgestattet. Ich fühl mich am besten. Nichts. Oh mein Gott, Alter. Ich bin ganz gut. Ich hab's nicht vergessen, das kann ich ja. Hahaha! 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 Oh mein Gott, Alter. um die den heute eine legendäre Schamwoller Runde So, jetzt. Was war das? Alter! Wir haben eine. Wir kommen direkt zum neuen Ende der Folge. Alter. Das war unser Channel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ich hoffe, wir haben ein paar von euch. Achttausend, ich sag, da sind die Besten. Ich bekomme wieder ganz woanders Achttausend. Aber das Geile ist, meine Stimme klingt jetzt voll tief. Zehntausend sollten ein. Jo, Leute, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schauen und habt ordentlich gedacht, weil es war schon echt lustig. Die Taktik lieber hinten zu bauen. Einfach ran in den Berg und dann ein und... Okay, ich bleib einfach raus. Okay, ich bleib einfach raus. Okay, ich bleib einfach raus. Das ist perfekt, Alter. Das ist so gut. Das ist... Das ist... Das ist wunderschön. Ich bin natürlich so professionell. Ich habe die lokale Zeitung mitgebracht. Sag mal hallo. Ja, da hört ihr es. Das war die lokale Zeitung. Ja. Und... Hm... Äh... Ja. Du bist doch anwesend, oder? Ja. Hi! 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 Hallo! Yo! Hallo! Ich gewiss das Wettel! Aber wieso hat man eigentliche Wachterläufer? Keine Ahnung. Hi! Das beste Team im Wett! Eis! Eis! Gleich das Eis! Ja, genau! Wie können wir zu zweit zwei Leute dubbeln? Das geht nicht. Mit den zu sterben. Ja. Du bist ja auch keine. Ah! Nein, nein, tschau! Du bist gestorben! Ich dachte, du bist doch Tina! Nein, meine tschau! Tina! Nein, ich lenn's jetzt nicht ein. Hm. So, Leute. Ähm. Äh, ja. Wie ihr sehen könnt, das war mein Abo-Special. 65 Abonnenten. Leider hatte ich, ähm, keine Zeit jetzt hier noch für den, äh, Endcard was zu bauen. Äh, ja. Deswegen würde ich mal sagen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und ein, äh, als ich kattest schön mit euch. Tschau! Okay. 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 Das war bei euch! Das war bei euch! Boa! Und jetzt hätte ich euch eine gewisse Schreibe. Da geht noch. Bis zum nächsten Mal.